So, hallo zusammen, ich bin's mal wieder, ja willkommen mitten in der Nacht, wir haben, wie ihr sehen könnt, 2.15 Uhr deutscher Zeit und ja, das Race ist schon gestartet, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr auf meinem Blog vorbeigeschaut habt, da habe ich schon ein bisschen was geschrieben. Es ist im Moment so, dass Limit seit, ich glaube mindestens 20 Uhr, wenn nicht länger, an Lady Ashwin, also an dem 4. Boss gerade dran ist und man muss schon sagen, dass dieser 4. Boss ein ziemliches DPS Race ist, beziehungsweise ein absoluter Gear Check. Wenn ich's richtig rausgehört habe, hat vor allem Max, der Raidlead, der hat sich so ein bisschen, ähm, ja, geärgert, vielleicht falsches Wort, aber er hat zumindest angesprochen, dass dieser 16-Stunden-Vorsprung, den ja eigentlich die US-Guilden haben, dass der irgendwie nicht so richtig sogar zu tragen kommt, zum tragen kommt. Das liegt vor allem daran, dass scheinbar auf dem PTR der Boss viel, viel einfacher war und ich glaube, dass hier vor allem das Tuning, beziehungsweise der HP-Pool des Bosses extrem gepusht worden ist. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Fatal Devorer damals in Uldir, als ja die Top-Guilden dann eben auch gegen so eine Wand gelaufen sind und erstmal teilweise noch Gear fahren mussten. Das macht Limit allerdings nicht. Also ich glaube, sie sind davon überzeugt, dass sie den Boss auch mit dem jetzigen Gear schaffen können und sie hatten auch einen extrem guten, ähm, Try. Man muss wirklich sagen, ich schaue mir das seit 20 Uhr eigentlich an, es läuft zumindest im Hintergrund, nebenbei zocke ich ein bisschen und, ähm, wenn was Wichtiges ist, habe ich das auch aufgeschrieben auf dem Blog, dass ich, ähm, diesen Post, ähm, ja, meine Coverage da immer wieder aktualisiere. Aber ich glaube, mein letzter, mein letzter Eintrag, Eintrag war, glaube ich, kurz vor 10 Uhr oder so heute Abend und seitdem hat sich nicht viel geändert. Es gab halt einen richtig guten Try, da hatten sie, meiner Meinung nach war der Boss in Killrange, ähm, ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber sie waren auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie gerade den, den richtigen, ähm, die Cooldons und so ready hatten. Man muss dazu sagen, Lady Ashwain sieht, also, von der Taktik her ist es nicht allzu kompliziert. Du musst teilweise soaken. Das ist auch schon im Normal so, du musst diese Ops soaken, sie blasen, du hast aber auch so eine große Blase, die du eben soaken musst. Und, ähm, das heißt eben, du musst dich natürlich abwechseln, weil die Leute einen Debuff bekommen und es ist jetzt ähnlich so, ähm, wie sonst auch, dass, ähm, man in diese größere Blase reinlaufen muss, damit die eben kleiner wird. Wir hatten ja diese Mechanik schon des Öfteren, unter anderem bei Jaina Proud nur. Weil es ja darum ging, dass man irgendwie dann zu mehreren dann, ähm, sich vorher einstellen muss, bevor dann diese Orb da entsteht. Orb of Frost, glaube ich, hieß sie. Naja, und, ähm, Ähm, sie waren auf jeden Fall, glaube ich, schon wirklich in Killrange, aber der Trial, und das war ein bisschen traurig, und deswegen war da Max, glaube ich, auch ein bisschen pissig. Ähm, diese große Orb, die war auf einmal weg. Und dann haben die dann im Discord irgendwie berufen, wo ist denn jetzt diese Orb, und so weiter und so fort. Die Orb war aber nicht da. Also diese Kugel, diese Blase, die war einfach, in dem er nicht da. Und da hat sich eben letztlich herausgestellt, dass die zwar da war, aber irgendwie unter dem Boden, direkt beim Boss. Ja, und als sie das gemerkt haben, war es eben zu spät. Und der sehr, sehr gute Trial war eben dann vorbei. Und natürlich muss man sagen, es braucht immer ein bisschen Luck für, ähm, so ein World First. Es wäre ja im Moment ein World First, da es jetzt noch keine Gilde gibt, die diesen Boss gelegt hat. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es natürlich schwierig. Und genau das, was, ähm, immer wieder angesprochen wird, ist eben, wenn man so will, genau hier passiert. Man kann halt sagen, was man möchte, aber, ähm, der 16-Stunden-Vorsprung, der auch immer wieder angesprochen wird, der ist natürlich dann relativ unnütz, wenn du halt einen, ja, sagen wir mal, etwas verbackten Boss irgendwie hast. Der zumindest, sagen wir mal so, dass zumindest nicht alle Mechaniken halt richtig funktionieren. Und das war der einzige Try, ähm, als sie wirklich in Killrange waren, manchmal nach. Und danach lief es, naja, so suboptimal. Und man muss halt sagen, das ist jetzt der vierte Boss der Instanz. Wir sind ungefähr jetzt also bei der Hälfte angekommen. Und ich glaube, der beste Try war bei ihnen, glaube ich, so unter 20% oder so. Und die sind da jetzt wirklich gleich, also ich gucke seit 20 Uhr zu. Ich glaube, sie waren aber vorher schon da. Also wenn ich mich nicht komplett irre, sind die wahrscheinlich schon seit 19 Uhr irgendwas an dem Boss. Ohne große Pause. Das ist schon ganz schön viel. Und, ähm, die Frage natürlich, die jetzt aufkommt, ist, wie gut ist das Gear von Masset? Und vor allem, was, was für, ähm, Schlüsse wird Masset daraus ziehen? Es kann natürlich sein, dass der Boss jetzt in den nächsten Stunden genervt wird, dass Blizzard einen Hotfix durchführt. Denn, ähm, bei Fatty Devorah war das ja ähnlich, dass der eben sehr viel HP hatte. Und dadurch eben, beziehungsweise nicht nur der Boss, sondern eben vor allem eben auch die, ähm, ich glaube, diese, diese Eier. Und das könnte jetzt auch hier sein, dass es eben hier den Hotfix gibt und dass dadurch dann eben der Boss umso herz, also umso schwieriger ist und wahrscheinlich einfach mehr Gear benötigt. Ich bin mir nicht sicher, ob man, ob es wirklich gerade an dem Gear liegt. Ich glaube wirklich, dass Masset den Ding, also das, ähm, Limit den jetzt theoretisch jetzt gleich noch legen kann. Aber man darf halt nicht vergessen, dass die jetzt wahrscheinlich, ich glaube, seit 17 Uhr, so da schon am Raiden sind. Und irgendwann wird es dann natürlich auch ein bisschen, ähm, schwierig. Klar, morgen, also gleich, wenn man so will, in ein paar Stunden, um ungefähr, ja, ich gehe mal davon aus, so in 6,5 bis 7 Stunden, ähm, wird halt Masset dann schon wahrscheinlich anfangen. Und bei denen ist ja auch so, dass sie dann teilweise schon um 8 Uhr oder so starten oder um 9 Uhr und dann wirklich dann bis 3 Uhr nachts oder so raiden. Gerade in den ersten 2, 3 Tagen. Und, ähm, ja, ich bin super gespannt, ähm, ob Limit den Boss gleich noch legen wird. Man darf nicht vergessen, das sind die US-Server, das heißt, die können theoretisch halt noch weitaus länger raiden. Ähm, nur, ob das viel Sinn macht, das ist die andere Frage. Ich glaube, wenn sie den Boss nicht legen, bevor die EU-Gilden starten, glaube ich, wäre das halt für Limit definitiv ein, ja, eine gewisse, ein gewisser Rückschritt, was die Motivation angeht. Weil ich glaube, dass sie den Boss definitiv eingeplant hatten am ersten Tag. Vielleicht sogar 6 Bosse eingeplant. Oder zumindest 5 Bosse. Ähm, ich glaube, dass sie wirklich nicht gedacht haben, dass der so lange, ähm, dauert. Und sagen wir mal so, Blizzard ändert jetzt nichts in den nächsten Stunden. Dann bin ich gespannt, wie, äh, Method, Pieces und so weiter dann eben dann morgen dann, also in... Ich gehe davon aus, dass die ungefähr gegen Vormittag an dem Boss dran sind. So gegen 12 Halb 1. Also gegen Mittag, wenn man so will. Und, ähm, da bin ich halt gespannt, wie Method das Ganze angehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt eben aufgrund der Streams sich genau angeschaut haben, ob vielleicht ein anderes Line-Up etwas besser wäre, als das, was Limit da gerade spielt. Man darf halt nicht vergessen, dass Ashwin eben auch ein Boss ist, der sehr viel Burst Damage eben braucht, weil du eben diese, diese, ähm, diese Burst Race Phasen teilweise hast, wo du eben den großen Damage halt fahren musst. Und gerade gegen Ende möchtest du natürlich Execute haben. Und hier wurde dann eben zum Beispiel angesprochen, dass dann hier vor allem Combustion von den Fire Mages ins Spiel kommt. Und es kann halt sein, dass Messer zum Beispiel genau das überlegt. Und vielleicht eben dann lieber einen Fire Mage mehr mitnimmt, als einen Warlock weniger. Ja, so, weil der Warlock, okay, man hat schon als Afti schon einen gewissen Burst, gerade eben, wenn du alle Coulons ziehst, plus jetzt die neuen Trinkets und so weiter. Du hast schon mehr Burst, aber, ähm, oder eben andere Klassen dafür dann ein bisschen, ähm, rausnimmt. Ich bin gespannt, ähm, wie das Line-Up eben von, gerade von Messer halt aussehen wird. Ähm, ich weiß nicht, wie gut Shadow Priest im Moment ist, jetzt im neuen Content. Aber zumindest früher hätte man, glaube ich, definitiv mindestens einen Shadow Priest eingepackt. Ähm, etwas schwierig zu sagen. Also ich bin wirklich gespannt, was das in den nächsten Stunden dann wird. Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass Limit schon lange dran ist. Der Boss liegt aber immer noch nicht. Ähm, ja, rechnen wir einfach mal pro Stunde vielleicht so 15 bis 20 Trice, je nachdem. Wir rechnen mal seit 20 Uhr. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ja, das wären ungefähr 7 Stunden. 7 mal 20. Wären 140 Trice. Ich bin nicht sicher, wie viele Trice es sein werden, aber ich denke mal, das könnte schon an die 90 Trice so kommen. Wobei ich natürlich auch nicht genau weiß, wie viele Trice die halt pro Stunde irgendwie rausballern. Es kann halt sein, dass gerade zu Beginn, dass sie da halt wirklich sehr viele Trice pro Stunde gemacht haben und dass sie jetzt pro Stunde vielleicht nur maximal 10 Trice so machen. Ich weiß es nicht genau. Man darf nicht vergessen, dass die Phase relativ lange dauert und sie kommen ja auch schon sehr weit. Also der Boss war, glaube ich, wirklich halt ein Killrange, wenn da diese eine, ja, etwas unschöne Aktion mit der Orb halt nicht gewesen wäre. Ja, also vielleicht sind es die so jetzt bei 80 Trice, so einen Dreh 80, 90 Trice. Ich glaube, das könnte sein. Und selbst wenn es irgendwie nur 60, 70 Jahre sind, das ist, glaube ich, trotzdem für den vierten Boss schon ganz schön viel. Und, ähm, ja, von daher können wir jetzt nur abwarten. Ich bin morgen früh schon, also ich bin schon gegen 7 Uhr, bin ich schon auf, wahrscheinlich schon vorher. Falls irgendwas noch passiert sein sollte, wie gesagt, auf dem Blog als portal.eu bzw. tobiaspütter.eu, das ist unter dem Video verlinkt, könnt ihr dann meine aktualisierte, ähm, ja, Coverage eben lesen. Ich versuche das Ganze wirklich ziemlich aktuell zu halten, so wie früher auch. Und, ähm, ja, mal gucken, vielleicht steht dann ja genau eben das, dass sie eben ihn doch noch gelegt haben. Oder vielleicht sogar eine andere Gilde, die ich gerade nicht am Schirm habe. Allerdings glaube ich nicht, dass andere Gilden gerade auf ähnlichen Niveau gerade spielen. Ähm, also ich glaube schon, dass Limit da wirklich so mit die einzige Gilde ist, die gerade wirklich weit ist bei dem Boss. Aber richtig cool wäre es ehrlich gesagt, wenn, also klar, für Limit wäre es nicht cool, aber für, für, für den Spannungsfaktor alleine wäre es halt schon, wenn es halt einen World First geben könnte durch eine EU-Gilde bei einem vierten Boss. Man darf nicht vergessen, das glaube ich, in BOD war es so, dass... Ich meine, Rastakhan wäre definitiv schon tot gewesen. Ja, ich meine, als Messet gestartet ist, glaube ich, waren sieben Bosse tot. Von, ähm, von neun. Genau. Ich glaube, da als Messet gestartet ist, glaube ich, ähm, stand noch der vorletzte und der Endboss. Ich, ja genau, klar. Ähm, Limit hatte damals nämlich den World First von, ähm... von Mekatalk nämlich geholt. Von daher, ja, das ist für die natürlich nicht so geil, ähm, wenn sie dann am ersten Tag halt nur drei Bosse legen. Ähm... Und das wäre natürlich extrem heftig, wenn dann morgen irgendwie der World First echt durch eine EU-Gilde kommt. Also heute besser gesagt, ähm... Ja, sind wir einfach mal gespannt. Ich freue mich sehr drauf, was ich noch sagen möchte. Das Video soll nicht zu lange gehen, das ist jetzt bei zwölf Minuten, das ist okay. Ich möchte, dass die Videos an sich maximal 20 Minuten, vielleicht eher so gegen 15 Minuten sind. Aber eine kleine Anmerkung noch, ähm, wenn man sich das Gear von THD anguckt, von einem der beiden Warlocks, ähm, sieht man eben, was für einen Stellenwert diese Bantic-Items haben. Also diese Nasjata-Items, die man eben aufwerten kann, ähm... Zum Beispiel diese Schuhe hier, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die mit diesem Strike-Effekt, also Critical Strike-Effekt, ähm... Die sind halt extrem mächtig, gerade wenn man die mit dem Sockel hat. Ich versuche die jetzt über vier Chars schon zu bekommen. Ich hatte bis jetzt mit dem Pairn leider nie Glück. Ich habe die immer nur, ähm, entweder mit Indestructible bekommen oder mit irgendwie, ähm, Speed drauf, aber nie mit Sockel. Und der THD, das könnt ihr ja auch im Arsenal-Link nachschauen, also im Arsenal. Der hat die Armschienen, hier mit dem Frost-Effekt mit, ähm, mit Sockel, die Handschuhe mit Sockel, auch mit diesem Zusatzeffekt, den Gürtel, den, also den, die ich hier habe, ähnlich mit Sockel, und eben die Schuhe. Und das Ganze, glaube ich, immer 420. Das ist halt schon, auch wenn das Item-Level relativ gering dadurch aussieht, 420, aber durch den Sockel und vor allem durch diesen Effekt hier, dieser Effekt, dieser Crit-Effekt, soll wohl 13, also 3%, ähm, Flat Damage, ähm, Flat Damage-Increase ausmachen. Das ist halt schon eine Menge. Das heißt, man darf sich auch nicht von dem Item-Level an sich teilweise täuschen lassen. Der THD hat gerade, ähm, ein Item-Level von 429 angelegt. Aber man darf halt nicht vergessen, das sind halt Items, die durch die Sockel und vor allem durch diese Effekte mindestens wahrscheinlich auf 440er Niveau sind, vielleicht sogar teilweise auf 445, 450 Niveau. Und von daher, ähm, gerade durch diese Items ist das Item-Level viel, viel höher, als es letztlich aussieht. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass diese Schuhe, ähm, mit 425, mit Sockel, vielleicht sogar bis sein könnten, bis 8.3 für einige Klassen. Diese Effekte sind sehr, sehr stark, das darf man nicht unterschätzen, von daher, wenn da wirklich Spieler sind mit 429, 430, 432 Item-Level vielleicht, das ist schon echt ein ziemlich gutes Item-Level. Das zeigt also, dass die nicht so under-equipped sind, als man das vielleicht denken könnte. Nur nochmal hier der Hinweis. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesem Bantic-System, aber okay, das, ähm, gehört jetzt nicht hier in die Coverage. Das könnte man vielleicht mal abseits davon besprechen. In diesem Sinne, wir warten die nächsten Stunden ab. Wenn irgendwas sein sollte, ich probiere es direkt auf dem Blog kurz zu schreiben. Und, ähm, ja, mal gucken, wann es das nächste Video gibt. Ich denke mal, also spätestens dann, wenn es den World First gab, für diesen Boss. Und dann bin ich gespannt, wie der fünfte Boss wird, und gerade der sechste, wie die halt getunt sind. Es kann halt auch gut sein, dass der vierte sehr, sehr hart jetzt getunt ist, und der fünfte wird nur ein bisschen einfacher, der sechste. Und der siebte, und vor allem der achte und der neunte, ähm, ach nee, es sind ja nur acht Bosse. Also, dass jetzt der vierte hart wird, der fünfte und sechste, dass die beiden ein bisschen einfacher werden. Und vor allem halt sieben und acht dann halt, also sehr cool. Und, und Aschara, dass die ja dann umso härter halt werden. Mal gucken. In diesem Sinne macht's gut. Und, ja, bis dann in ein paar Stunden. Ciao.